hey yo zusammen und willkommen zu let's play der herr der ringe die schlacht um mit leerte 2 aufstieg des hexenkönigs ringkrieg mit mordor ja sind wir letztes mal also in der letzten nicht episode sondern staffel oder ne staffel passt auch nicht was heißt denn kamera passt oder ja geht schon in der letzten im letzten durchgang mit den menschen mittelerde befreit haben müssen wir jetzt jetzt komplett unterwerfen ich dachte ich wäre schon weiter anscheinend nicht das ist doof das ist okay ja ich stehe gut da bin aber noch weit davon entfernt gewonnen zu haben so wie sich das darstellt ne auch sehr interessant keine ahnung was der plan ist wir sind jetzt bei runde 8 ich dachte wirklich ich wäre schon weiter das ist natürlich gut die schlacht ist super wichtig ne ja ja okay so wir haben ist schon nicht schlecht aber muss man mal gucken sind halt sind halt bloß kack orks die können nicht viel so saurons mund kümmert sich um den troll glaube ich mal schauen der olifant ja der muss halt irgendwo mitten in den orks stehen und gucken dass er stück für stück den scheiß kaputt macht mal schauen muss man alles mal sehen so geht es mal dahin und du baust mal dahin ich nehme die dunkelheit ich bin mal gespannt ob das klappt okay so erst mal ein bisschen vision generieren die muss ich wegtrampeln es ist ja echt gestorben krass so was macht der olifant schafft er was oder schafft er gar nichts sieht gerade nicht so gut aus ne na komm der will nicht angreifen jetzt oh je der schaut schlecht aus ja der stirbt da gibt es nichts zum weitermachen da ist ein troll da ist alles hier hier wird sich gar nichts mehr tun ne auch interessant ja ja ne die drachlinge leben noch das ist durch das ist durch brauche ich gar nicht weiter versuchen war ein versuch ist passiert ne man kann nicht alles gewinnen der olifant war zu schwach und saurons mund kann gar nichts der war richtig wack er war super schwach na gut okay war ein versuch ach das habe ich verloren ich dachte das hätte ich okay dann gehen wir mal dahin zurück schauen wir mal was sich noch tut ne so sehr interessant okay ich habe hier jemanden ausgebildet aha 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 okay gut jetzt wird es spannend weil ich keine ahnung habe was ich als nächstes machen soll das wird kaputt gemacht dann gehen wir mal da lang okay das kann man ausbauen dort entlang so wir bilden wieder stuff aus soweit es uns möglich ist es kostet auf einmal geld ja ja genau wir haben ja dings nicht mehr unterworfen richtig okay ja hier kann man noch was bauen so jetzt ist die frage ich würde fast sagen den darüber weil das ist wichtiger als das schwarze tor so dann versuchen wir uns das zurück zu holen mit allem was geht genau so hier müsste ich eine festung bauen wenn die hier angreifen na gut vielleicht greifen sie auch einfach da an das kann auch sein dann lassen wir das geld wie es ist soll ich doch katapulte bauen oder so ich glaube nicht ist zu teuer gerade okay ja gut das dachte ich mir schon wird nicht leicht ist aber machbar das wird schwer aber ich habe maria das könnte helfen das wird machbar okay ja es ist jetzt langsam wird es interessant langsam wird es echt interessant das ist auch nicht so leicht ich habe halt wieder die chance viel zu zerstören verdammt haha okay das spiel wird richtig spannend okay mit 20 prozent ich dachte ich müsste irgendwas ich dachte es wäre zu einfach aber gerade mache ich richtig krasse fehler bin auch gerade erst aufgewacht das zerstört mir alles die Kankra wird hier legit alles zerstören Stück für Stück ne oh weh okay dann versuchen wir erstmal das hier irgendwie zu verteidigen wird nicht klappen weiß ich jetzt schon aber wir versuchen es ist das die Schiffsmittel nein das ist Schicksals oh wird schwierig wird ganz schwierig aber mal schauen mal schauen kann klappen oder nicht kann gerade boah das ist jetzt bitter hätte ich nicht gedacht aber okay ja es gibt den Drachen das ist wichtig den muss ich natürlich behalten so hat sie unten nicht irgendwo ein Gasthaus ne da oben hat sie ein Gasthaus aber das ist ziemlich schlecht das brauche ich gar nicht das brauche ich gar nicht so gegen zwei Gegner wird halt richtig ätzend so das machen wir mal kaputt hier wir haben die großen Belagerungswerke erweitert nachverteilt der Brunnen wird sie auch erheben okay so ach cool ja ganz lustig die sind schon da sehr ärgerlich aber okay so schwierig so naja das schaffen sie gerade auch irgendwie der Blitzschlag ist nicht so gut hier ja irgendwo da hat es einen Platz so so ich habe Probleme mit der Sicht so weil hier ist alles ein bisschen zu dunkel deswegen muss ich das also ein bisschen zu hell meine ich so so okay so 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 Okay Aha Na ganz toll Kackzwerge Das macht so gar kein Damage Unglaublich Oh boy Oh Aha Reiter spielt der Das ist natürlich ganz kacke Ist das ein Held? Ja Das ist ein Held So Bald gibt's den Feuerdrachen Der ist wichtig Der macht das nicht lang Muss man zurückziehen Ja ich hätte gerne Das hätte ich überlebt Das wäre echt gut Der stimmt mir jetzt Oh man ich verliere hier alles Das ist nicht gut Und der ist tot Wo ist denn der Feuerdrache Ne das verliere ich Das ist Oh man Schade 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 Ja es wird noch sehr spannend Ich könnte also Ne Krass 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 Ich dachte easy 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 Aber so wie es aktuell ausschaut Wäre ich das alles nochmal neu starten müssen Alles Also legit Alles Das wird sehr interessant Aber mal gucken Ist ja noch nicht verloren Ich habe schon Ganz andere Dinge gedreht Und gerettet Mal gucken Vielleicht geht da ja noch was Vielleicht geht da ja noch was Aha Eine Mine So Alles machen sie kaputt Übrigens Das da muss weg Das muss ganz dringend weg Macht euch bereit Weiter weiter Das neue Gebäude ist Das Auge beobachtet uns So Aha Da ist ein Prinz Brand Okay So Ja Das ist halt Das wird das Bittere Jetzt kommen die Noldor Krieger Ich kann keine Truppen mehr ausbilden Weil ich maxed bin Das ist ganz beschissen Aber gut So ist das halt Ne So Ends Hallo Was soll das denn So Das könnte schon mal gut sein Vielleicht verbrennen sie ja Ne Wer weiß Gut Ach toll Das ist jetzt ganz schlecht Aber so ist es halt So Das bringt gerade herzlich WU Okay 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 Aber Vielleicht kann ich da drüben Baumeister und Stuff töten Jetzt kommt es mal mit da Genau Okay Okay Da hat es ein End Alter Wie viele Türme hat der Wow Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Naja Natürlich stirbt der jetzt Ach du Kacke Da schaffe ich nicht viel Das kann ich ja komplett vergessen Ja toll Das Katapult hilft mir gerade ganz wenig Alter Also bei aller Liebe Klar Ich mache hier gerade ein bisschen Bums Aber Ich kriege doch hier nichts kaputt Vielleicht hat es irgendwo noch einen Feuerdrachen Aber Ein Baumeisterteil ist kaputt Wo ist denn der Da Unsichtbar Alter Was der da alles hat Vergiss es Keine Chance Mann Nee Das ist durch Vergiss es Keine Chance Brauche ich gar nicht weiter versuchen Das sind zu Das ist zu viel Heftig Also ich kriege gerade richtig den Arsch versäult Und das ist ungeil Aber es macht auch irgendwo Spaß Weil es dann echt eine Herausforderung ist Ich bin gerade so am abkacken Das ist richtig heftig So jetzt habe ich nur noch Schlachten Die ewig dauern Deswegen mache ich hier schon mal einen Cut Wow Ich bin so am Arsch Richtig geil Hey Odeir Danke dir, dass du dich guckst Wenn du mich unterstützen möchtest Halt einfach den Thumbs Up-Button Do you have any wishes, feedback or suggestions put them into the comments below You may also subscribe if you are new to the channel I wish you a wonderful and stress-free day Take care Bye 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017